Ich möchte alle Menschen, die diese Impfung, oder was man so Impfung nennt, bekommen haben, bitten, sich uns anzuschließen. Vielleicht haben sie schon gemerkt, dass sie Nebenwirkungen bekommen haben. Vielleicht haben sie schon Probleme bekommen oder sie kennen Menschen, die meisten kennen mittlerweile Menschen, die einen Schaden durch die Impfung bekommen haben. Wir müssen das schnell beenden. Wir brauchen die Informationen über die Impfung, um den Geimpften zu helfen. Bitte schließt euch uns an. Kommt am 1.8. nach Berlin, geht auf die Demonstrationen. Das Unrechtsgesetz, was unter dem Deckmantel des Infektionsschutzgesetzes durchgewunken wurde, ist ein Verbrechen. Alle Geimpften, wir wollen euch helfen. Wir sind nicht verantwortungslos. Wir machen uns Sorgen. Nicht um uns. Um euch. Wir wollen euch helfen. Kommt zu uns.